Der Sonntagsfahrer. Feuerwehr aus Taka-Tuckerland. Von Dirk Maxeyner. Nachdem das Kartell der herrschenden Parteien die Hütte selbst angezündet hat, brennt diese nun lichterloh und die Brandstifter fahren zum Löscheinsatz vor. Der Berliner Feuerwehr werden währenddessen von Fachkräften mit Migrationshintergrund die schweren Werkzeuge geklaut. Die Streitfrage, wo denn nun die Fachkräfte sind, die dem Deutschen Michel im Zuge der Zuwanderung versprochen wurden, scheint sich zumindest teilweise zu klären. In der Bundeshauptstadt sind eine Reihe davon offenbar angekommen und beleben dort das Wirtschaftsleben ungemein. Sie pflegen dabei eine Kultur der Selbstständigkeit, zeigen viel Eigeninitiative und sind neuen Technologien gegenüber äußerst aufgeschlossen. Sehr gesucht sind beispielsweise Türschlosser, die den Zutritt zu öffentlichen und privaten Räumen auch ohne Schlüssel ermöglichen und den darin befindlichen Besitz demokratisieren. So geschehen beispielsweise im Dresdner Grünen Gewölbe, dessen barocke Schatzkammer vor einiger Zeit von Remmo und Franz um 4300 Diamanten erleichtert wurde. Dabei kamen modernste Schneidewerkzeuge zum Einsatz, die in Notfällen beispielsweise von geschulten Feuerwehrkräften zur Anwendung gebracht werden. Und so kommt es, dass nicht nur im Grünen Gewölbe die Diamanten fehlen, sondern auch bei der Berliner Feuerwehr die Werkzeuge. Spreizer, Spezialschneider, Motorsägen, schreibt rbb24. Immer wieder werden der Berliner Feuerwehr schwere Werkzeuge gestohlen. In diesem Jahr sei es besonders schlimm. Seit 2021 werden Werkzeuge im Wert von rund 700.000 Euro vermisst. Wobei der Chronist sich natürlich fragt, was machen die eigentlich mit den Motorsägen? Wie dem auch sei, der Einsatz von unentgeltlich erworbenen Spezialwerkzeugen gehört einerseits zur Berufsehre, andererseits ist er im Vorsorgeprinzip begründet. Es fährt ja auch niemand mit seinem eigenen Auto zum Banküberfall. Die Beschaffung der Werkzeuge hat darüber hinaus einen gewissen Unterhaltungswert und erfolgt in folgenden Schritten. Erstens, man informiere die Feuerwache der Wahl über einen nahegelegenen Großbrand. Alternativ zünde man einen großen Müllcontainer an. Zweitens, die Feuerwehr rückt daraufhin aus und hinterlässt ihre Räume aus Personalmangel meist unbewacht. Drittens, während die Brandbekämpfer in der großen Stadt nach Rauchzeichen Ausschau halten, wechselt das in der Wache verbliebene Spezialwerkzeug schnell und unkompliziert den Besitzer. Die Polizeigewerkschaft spricht von katastrophalen Sicherheitslücken. Die Räume der Feuerwehr seien Warenlager für Raubüberfälle. Jetzt sollen Feuerwehrrentner reaktiviert werden, um die Tatütata-Latifundien zu bewachen, während die aktiven Kollegen im Einsatz sind. Für die Feuerwachen, so heißt es, brauche man nämlich nur einen Schraubenzieher, dann ist man drin. Hier entstand in Privatinitiative ein duales Ausbildungssystem, bei dem in den Justizvollzugsanstalten universelle Grundkenntnisse erworben werden, die dann später durch praktische Technikkurse ergänzt werden. Das neue Berufsbild des Schnelltüröffners gilt als lukrative und krisenfeste Profession mit erfolgsabhängigen Prämienzahlungen. Ähnliches gilt für den anspruchsvollen Geldautomaten-Sprengmeister, für den zusätzliche pyrotechnische Kenntnisse erworben werden müssen. Laut Wikipedia geht es dabei darum, eine chemische Zustandsänderung zu veranlassen, bei der bestimmte Bewegungs-, Licht-, Knall-, Rauch-, Nebel-, Druck- oder Reizwirkungen hervorgerufen werden. Die präzise und schnelle Arbeitsweise der Branche ist wirklich bewundernswert. Ach gut, Punkt.com konnte sich in seinen ehemaligen Berliner Räumen zweimal von ihrer engagierten Handschrift überzeugen. Mithilfe einer hydraulischen Presse wurde eine solide Stahltüre geöffnet, wobei vorbildlich Rücksicht auf die Nachbarn genommen wurde. Die haben nämlich nichts gehört. Dann wurden sämtliche Apple-Computer stoßsicher verpackt und abtransportiert, alles andere vorbildlich aufgeräumt hinterlassen und noch nicht einmal die neue Kaffeemaschine wurde angerührt. Auch bei einem erneuten Besuch nach einigen Monaten wurden die Räume wieder besenrein übergeben. Daran können sich konventionelle Handwerker nur ein Beispiel nehmen. Da wir die Berliner Polizei nicht austauschen können, haben wir die Geschäftsräume gewechselt und firmieren jetzt in einem Tunnelsystem unter der Charité. Kommen wir nun vom Kleinen zum Großen Ganzen, also von Remo & Friends zu Scholz & Friends. Auch bei denen aus Takatuckerland in das Berliner Regierungsviertel Zugewanderten fällt eine stille Begeisterung für die Feuerwehr und ihre Einsätze auf. Bekanntlich kommt es vor, dass Feuerwehrleute Brände selbst legen. Sie sind dann besonders schnell vor Ort, erhalten Anerkennung von ihren Kollegen und fühlen sich selbst mächtig, sagt die Psychologin Rebecca Bondü. Gerade bei Feuerwehrleuten spielt das Geltungsbedürfnis eine große Rolle. Diese Täter wollen sich hervortun, Bewunderung erhalten. Das Löschen eines Brandes ist auch ein Gemeinschaftserlebnis, das den Zusammenhalt der Gruppe stärkt. Auch die Freude am Löschen kann deshalb ein Motiv sein. Nachdem das Kartell der herrschenden Parteien die Hütte selbst angezündet hat, brennt diese nun lichterloh und die Brandstifter fahren zum Löscheinsatz vor. Scholz, Lindner und Habeck sind als Erste vor Ort, geben die Entschlossenen und stärken die Gruppe durch das Gemeinschaftserlebnis der Brandbekämpfung, wobei es vor allem darum geht, in den Rauchwolken die Erinnerung daran zu löschen, wer für diese Misere verantwortlich ist. Seit der Migrationskrise haben wir einen Notstand, der aber keiner sein darf. In der Corona-Zeit erfanden sie stattdessen einen Notstand, der unbedingt einer sein sollte. Für das vergangene Jahr wollen sie nun einen Notstand nachträglich erklären, den so niemand bemerkt hat, der aber einer gewesen sein muss, weil sie sonst pleite sind. Und im kommenden Jahr kriegen wir dann einen Notstand, weil das Land tatsächlich in jeder Hinsicht bankrott ist. Es wird also Zeit, dass dieser Feuerwehr jemand die schweren Werkzeuge klaut. Beim Blick auf die Gesamtlage empfiehlt sich meines Erachtens ohnehin die fachlich anerkannte Methode kontrolliert abbrennen lassen, die in Deutschland immer öfter angewendet wird. Dies erfolgt beispielsweise, wenn ein mit Solarzellen bedecktes Scheunendach in Flammen steht und wegen der Gefahr eines Stromschlags nicht gelöscht werden kann. Ähnliche Phänomene gibt es auch bei Windrädern in luftiger Höhe. Man schaut zu und hält genügend Sicherheitsabstand. Man schaut zu und hält genügend Schlaufe aus, wenn man die Schlaufe ausfiehlt.